Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anu 14.04 Venedig Was ich hätte das gewusst? Das habe ich gar nicht Eieiei Das habe ich nicht mehr Ich wusste gar nicht, dass ich das Quist habe Ist der denn von mir da niemals denn? Schauen wir mal, vielleicht schaffe ich es da Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her Okay Mit dem werde ich es sowieso nicht schaffen, so ganz kaputt ist Nein Nein Sorry Hmm. Schöpfe. Ja, komm ich hier ein oder was war ich hier? Ich kaufe noch, aber eigentlich. Irgendwie wildes Schiff, kann ich mir was holen. Hier könnte ich mir was holen. Der Kapitän hat zwar nur noch ein Auge, aber ich denke, er kann den Kurs halten. Ach ja, denke ich auch. Das denke ich auch. Ich grüße euch. Ihr wünscht, ich wäre euer Vater. Nun, auch ich habe euch ins Herz geschlossen. Freut mich auch. Wie nett, dass du mich besuchen kommst. Ja, okay. Mein Bartha beginnt zu sprießen? Tatsächlich? Dann wird aus mir ja doch noch ein echter Mann. Ja. 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 Kann man so sagen. Kampfmann. So sagen. Tretet ein in Gottes Haus. Die Hälfte eures Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Das ist wahrlich gottgefällig. Schön, oder? Ich helfe euch gerne aus. Ja, komm. Na gut. Das ist Ashgabat. Ja. Zimmer, Zimmer, Zimmer da. Zimmer Mann. So. Ja, ja, so ist es, so ist es, so ist es. Wer hätte gedacht, dass meine Wüstenstadt hier so gut läuft. Hätte ich nicht gedacht. Wirklich nicht. Hätte ich wirklich nicht gedacht. Hätte ich echt nicht gedacht. In voller Blüte. So. Eisen. Oh, Stein. Zwei. Eieiei. Aber da oben sind auch nur Stein. Mit zwei. Eiei eiei. ich achte nie auf mein plus auf meine billiards achte ich einfach nicht warum achte ich nicht da rauf ohje 29 ich müsste bald wieder mehr haben und wenn man das eigentlich so bauen würde soja ich glaube ich muss ja eigentlich gut funktionieren oder etwa wie ja ja soja soja hoppala also wirklich wäre es hier so soja so müsste es funktionieren ihr braucht euch in dieser sache nicht weiter zu bemühen tut mir leid tut mir wirklich leid oh in drei minuten eieieiei eieiei ich muss den Aufenthalt machen ich muss ihn machen dabei kann der war geht ihr mir bei dieser sache zur Hand ja ohne Schiff die Brunnen einer Noria leeren sich ach je die Noria wenn es weiter nichts ist womit ich behilflich sein kann oh oh der Kaiser könnte sich glücklich schätzen während all seine Basallen so recht schaffen wie ihr oh oh das ist nicht so fein nicht so fein ich muss jetzt aufhören zu kaufen die Seil kann ich noch kaufen aber mehr wer kriegt eine Produktion kommt zum erliegen eieieiei es ist schwer so so lebt der Schiff noch noch ja ach du noch ein Schiff unterschätzt nicht die Wichtigkeit dieses Auftrags ich hoffe dass der das schafft schnell reparieren und dann weiter auch sie wird richtig langsam repariert oh jeder allah segne euch für eure zuverlässigkeit jetzt müsste ich mir Geld holen ihr seid hier immer gern gesehen eine produktion kommt zum erliegen oje 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 ach du meine Güte ich bin bald pleite ja jetzt wird es repariert ich bin nicht so schnell ob ich denn das Schiff retten kann oops gott Beeil dich. Diese Gebäude werden euch helfen im Orient Fuß zu fassen. Das ist mir schon klar, aber... Ich brauche Leute um Fuß zu fassen. Ich muss versuchen richtig gut an Fuß zu kommen. Ich brauche dich nicht mehr. Ich brauche dich nicht mehr. Ja, bitte. Oh, ich bin jetzt hier. Oh, ich bin jetzt hier. Mein Schiff war nicht schrecklich Steigt und es steigt Ich habe einen Schiff Ich freue mich Leicht erkältet, immer noch. Ich könnte theoretisch auch hier noch mal machen. Ach, noch mal hier. Irgendwie nicht in der Welt kommen. Ich hoffe, dass das Schiff überlebt, bis ein Mann da ist. Wenn ich Glück hab, ja. Wenn ich Glück hab, hm, nein. Lagerkapazität, ne? Sie haben die Insel eines Mitspielers entdeckt. 55, gut. Aber ich will noch gar nicht gut. Raushauen hier, so, das wäre natürlich. Keine gute Idee. Aber hier ein bisschen. Ich muss aufpassen, dass ich immer in Fluss bleibe. Ich muss aufpassen, dass ich immer in Fluss bleibe. Ich hab mir hier ein Kriegsschiff vor. Ein Handelschiff. Sie haben ein Schiff erfolgreich eskortiert. Habt ihr das gehört? Erfolgreich. Drei. Ich meine, hab ich jetzt Glück gehabt. Ja, ja. Ja, ja. Was?! Ja, scheiße, mein Mann. So, ich versuche endlich mal weiter um mein Geld zu bekommen. Ich kann weiter Money oben bauen. Das gefällt mir. Mir auch. Mir gefällt das auch. Wir kommen in den Pustbereich gerade. Feine Sachen. Feine Sachen. Was würde ich drum geben, so angesehen zu sein wie du? Weiß ich auch nicht. Ein Zimmermann hält die Gebäude in Schuss großartig. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Habt ihr eure Pflicht erfüllt und den Auftrag ausgeführt? Ja, das habe ich. Danke. Ihr habt dem Kaiserreich einen großen Dienst erwiesen. Ja. Mit meiner Gast kommt nur. Und seht euch in aller... Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Das ist gerecht. Schon. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ich genieße im Stil. Oh, der ist auch ganz schön schnell da gewesen. Okay. Was wollte ich jetzt noch machen? Ah ja. Ich brauche jetzt meinen ganzen... Demo baut für Eisen oder was? Ne, nichts gebaut doch. Ach, nein. Ach, da hinten. Eisenschmelze haben wir. Werkzeug machen. Eisenschmelze. Mehr nicht. Mehr kann ich jetzt nicht bauen. Dies sind die ersten Baupläne, die ich euch aushändigen kann. Kannst. Kannst mehr, du willst du noch nicht. Geht doch einfach zünderst, wenn ihr nicht mehr aushändigen willst. Ups. Euer Wirken ist von Gott gesegnet. Der Konvent könnte euren Schutz gut gebrauchen. Gegen einen Tribut von mir. Ich werde gleich eine Messe machen. Lesen lassen. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Einstrecklich. Eine Partei. Nein, ich bin jetzt nicht traurig. Ich bin Hassan Ben Zahid. Anführer der Korsaren und Herrscher dieser Gewässer. Ah, ich habe schon allerlei interessante Dinge über euch gehört. Das rechne ich euch hoch an. Wo kommen denn die alle jetzt her? Ich bin ja nur weil ich jetzt zum Bündnis gegangen bin. Toll, jetzt zeig ich den am Hals. Zeig den am Hals. Toll. Ich habe erwartet, dass ihr mich aufsucht. Ja, was können wir jetzt so machen? Ja, beim nächsten Mal machen wir die Aufgabe dieses besorgten Bürgers. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr abonniert uns. Ich hoffe, ihr schaut unsere Videos weiter. Und ja, ich hoffe, ihr lasst einen Daumen hoch hier. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Und auf Wiedersehen. Ciao.